J'écrirai pour venger ma race. Ich werde schreiben, um die meinen zu rächen. Morgen wird die Beerdigung meiner Mutter drei Wochen her sein. In der ersten Woche nach ihrem Tod kamen mir bei allen möglichen Gelegenheiten die Tränen. Beim Aufwachen wusste ich, dass meine Mutter tot war. Für mich hat meine Mutter keine Geschichte. Sie war schon immer da. Mein Bild von ihr wird allmählich wieder zu dem, das ich als Kleinkind von ihr gehabt haben muss. Ein großer, heller Schatten über mir. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020